IZOTOPE INSIGHT, die essentielle Metering Suite, ausgerichtet nach den speziellen Anforderungen in Post-Production & Broadcast Studios. INSIGHT bietet bis zu 5 anpassbare Bereiche als Ihre persönliche Metering-Lösung. Dies sind Levels, Loudness History Graph, Soundfield, Spectrogram und Spectrum Analyzer. Nahtlos und ohne Latenz kann INSIGHT in Ihre Session integriert werden und unterstützt Mono-, Stereo- und Surround-Kanal-Konfigurationen. INSIGHT bietet viele Metering-Layout-Voreinstellungen und ist nach Belieben konfigurierbar. Wählen Sie die Darstellung, die Sie bevorzugen und wann und wie Sie sie sehen möchten. Gestalten Sie Ihre perfekte All-in-One-Metering-Lösung und speichern Sie sie als Preset für den einfachen Abruf, um sich nie mehr mit anderen Plugins, die nicht zu viel Flexibilität bieten, ärgern zu müssen. Verwenden Sie INSIGHT auf jedem Schritt des Weges zum optimalen Mix. Der Bereich Levels bietet sowohl True Peak RMS und K-System Metering sowie Broadcast Standard-Lautheitsmessung für verschiedene weltweite Broadcast-Märkte wie die der USA, Europa und Japan. Stellen Sie die True Peak und Loudness Zielwerte ein, um festzulegen, welche Levels die INSIGHT-Clipping- und Lautstärke-Warnmeldungen auslösen. Mit der Wahl eines regionsbezogenen Presets stellen Sie dann sicher, dass Ihr Mix den nötigen Standards entspricht. Diese Funktionen werden durch den Loudness History Graph ergänzt, um Probleme schon im Vorfeld zu erkennen oder eine Korrektur zu unterstützen. Zusätzlich zur präzisen Anzeige von Überschreitungen der Lautstärke an der Timeline kann INSIGHT Überschreitungen in die Automation Ihrer Workstation schreiben. INSIGHT lässt Sie genau sehen, wo Probleme auftreten und garantiert sichere und präzise Korrektur. Legen Sie einfach die Lautstärke Ihres Mixes fest und kopieren Sie dann die Daten oder die grafische Darstellung in die Zwischenablage. Die Dokumentation dieser Werte unterstützt den Nachweis der Einhaltung von Lautstärke-Standards in der gesamten Broadcast-Vertriebskette. Die Soundfield-Anzeige stellt die Verräumlichung Ihrer Mischung dar. Für Stereo-Mixes bietet sich das Multi-Mode Vectorscope an und für Surround-Mischungen verwenden Sie das Surround-Scope. Der Surround-Scope zeigt die Mix-Eigenschaften in einer Surround-Umgebung und macht Sie zum Beispiel auf Probleme in der Phasenlagerung aufmerksam. Visualisieren Sie Ihr Material mit dem 2D- oder 3D-Spektrogramm und verwenden Sie Meter-Tabs, um die Beziehung zwischen einzelnen Audio-Feeds zu prüfen, wie zum Beispiel Ihren Dialog-Mix im Vergleich zu Musik und Effekten. Verstehen Sie die Klangbalance Ihrer Mischung mithilfe des Spectrum-Analyzers, der verschiedene Anzeigemode und Skalierungen bietet. Es ist mehr denn ein State-of-the-Art-Lautness-Meter. Als voll funktionsfähige Metering-Lösung sparen Sie mit Insight, Zeit und Geld beim Mischen und Mastering Ihres Audio-Materials. Prüfen und überwachen Sie Ihr Audio-Material auf effektive und intuitive Art. Holen Sie sich eine kostenlose 10-Tage-Testversion von Isotope Insight. Insight – separat erhältlich oder als Bestandteil im kompletten Mastering-System von Isotope. Ozone 5 Advanced